Der erste Gang, der zweite Gang und ab Heli-Luzzi. Original Akku verbaut, neue Generation. Hier wird es schon sehr steig. Oh, jetzt kommt eine starke Quelle. Vor der Kurve muss ich abbreiten. So, das Steilstück vor der Haustür. So, das Steilstück vor der Haustür. So, das Steilstück vor der Haustür. 61 Volt. Soll erstmal ein anderer Roller nachmachen. Für 1650 Euro. Das Gerät ist Spitzenkürze. So, das Steilstück vor der Haustür. So, das Steiled.